Er ist der König in der Krone der Reiterei, der Vielseitigkeit. Michael Jung ist das Maß aller Dinge, der alles gewonnen hat. Zum Beispiel drei olympische Goldmedaillen. Mit Sam glänzt er in London und Rio. Nun zu Hause in Horb-Altheim-Stadt in Tokio, Japan. Das tut weh. So was, was nur alle vier Jahre ist und eben die olympischen Spiele, das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Da trainiert man drauf hin. Das ist, wo man jeden Tag aufsteht und trainiert und fleißig ist und schwitzt bei Hitze, bei Kälte. Und wenn das nicht da ist, dann ist das schon hart. Denn die Ritte mit Sam in Rio. Elegant und emotional. Ja, super, Ren. Das ist eine Liga für sich. Das war die Demonstration pur. Sam und Michael Jung sind einfach nur sensationell gut. Es sind nur noch ein paar Galopp-Sprünge für den Olympiasieg. Für Sam, für Michael Jung. Herzlichen Glückwunsch. Für Mitbringsel aus Tokio ist 2021 auch noch Platz. Der Traum ist, wenn man da hinfährt, wenn es dann wirklich soweit ist, dass man seine absolut beste Leistung abliefert, was dann dabei immer rauskommt. Es wäre natürlich toll, wenn es Gold ist. Ja, natürlich. Mit Fischer Chipmunk hätte er heute gerne in Tokio das geschafft, was ihm vor vier Jahren mit Sam gelang. Großartig, großartig. Dankeschön für diese bewegenden Momente in diesem Sport.